Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute gibt es mal wieder eine Folge von dem Quizformat, das ich ja letzte Woche schon mal gemacht hatte. Das ist ja bei euch sehr, sehr gut angekommen. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich immer noch. Schreibt mir, wie gesagt, wie auch schon bei der letzten Folge in die Kommentare, was ihr vielleicht noch verbessern würdet. Genauso gerne könntet ihr mir allerdings auch Szenen reinschreiben, die ich mir anschauen soll. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Heute werden wir uns ein paar Runden aus dem FNCS Invitational Woche 1 Event anschauen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir uns dann beim nächsten Mal anschauen werden. Dann wäre ja beispielsweise die FNCS Invitational Woche 2 vorhanden. Oder alternativ kann man auch immer vom Anwärtercup mit Geldpreisen Runde 2 oder vom Plattformcup mit Geldpreisen Runde 2 anschauen. Runde 1 geht leider nicht. Also die drei Möglichkeiten gibt es im Prinzip für die nächste Woche. Also entweder die beiden Runden 2 hier oder eben mal die Woche 2 vom FNCS Invitational. Schreibt mir mal da gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, wenn ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Würde mich ebenso freuen. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort muss ich mal schauen, ob ich es heute zeitlich schaffe, noch zu streamen. Aber wie gesagt, wenn ihr da nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Follower da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Runde rein. Und zwar werden wir uns eine Runde von BendyFishy anschauen. Der hat tatsächlich auch mit relativ krassem Abstand gewonnen. Und generell ist er in Solos richtig krass. Er holt ja gefühlt fast jedes Mal immer Preisgeld. Und das ist auf jeden Fall extrem krass. Und davon werden wir uns jetzt eine Runde anschauen, wo er tatsächlich einen Sieg geholt hat. Und zwar hier mit 9 Kills. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Runde geladen hat. Wir befinden uns jetzt hier gerade in der Runde nach der Schließung der dritten Zone. Und es geht schon auf dem Weg Richtung der vierten Zone. Die befindet sich tatsächlich auch relativ weit von BendyFishy entfernt. Und jetzt wäre immer die Frage, wie man dort am besten rein rotiert. Dafür wäre jetzt die erste Möglichkeit, dass wir von BendyFishys Position direkt reinmoven, ohne zu warten. Also direkt den auch direktesten Weg reinnehmen, sozusagen mit der weißen Linie mit rotieren. Die zweite Möglichkeit wäre dann, dass wir erstmal warten müssen. Ein paar Gegner weg sind und man dann eben halt ein bisschen freier Weg hat. Und dann hier entlangmoven und so ein bisschen hier seitlich hochgehen. Und die dritte Möglichkeit wäre, mit dem Fluss hier mitzugehen und dann hier von dieser Seite in Richtung der Zone zu gehen. Und dazu lasse ich jetzt euch, wie bei den letzten Malen, auch 5 Sekunden Zeit. Und dann könnt ihr eben mit entscheiden, was ihr an seiner Stelle machen würdet. So, die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, links entlang zu moven. Das heißt, diesen Weg hier zu nehmen, da man tatsächlich dort die wenigsten Gegner trifft. Wenn man sich mal die Map anschaut, dann sieht man natürlich, die Zone befindet sich relativ stark hier auf dem oberen Teil. Also hier, wenn man das so in Quadrate einteilt, dann wären die ja ungefähr so. Und man sieht auf jeden Fall das ganz stark oben links auf der Ecke. Und dann weiß man eben halt, dass alle Gegner, die hier aus Holly, aus Weeping, aus Slurpee, aus Misty, aus Lazy, aus allen diesen Städten hier moven müssen. Die gehen natürlich alle auf diese Seite hier hin. Und da sind natürlich deutlich weniger, die von hier von The Shark moven, die von Sweaty Sands moven. Weshalb dann auch in der Map hier tatsächlich dann die Seite hier oben ebenfalls die uncontestete Seite ist. Also ungefähr so die Seite. Da sind dann deutlich weniger Spieler, was das Ganze entspannter macht zu moven. Und hier sind eben halt alle anderen auch noch und dort werden natürlich später auch welche Moven. Natürlich wissen das in diesen Pro-Lobbys auch viele Leute, dass das natürlich der eindeutig bessere Weg ist. Weshalb das gar nicht so stark dann am Ende Auswirkungen macht, in solchen FNCS-Lobbys, wo eben halt wirklich nur die besten 600 Spieler Europas drin sind. Allerdings gerade in Cash Cups hat man einen extremen Vorteil, wenn man diesen Weg nimmt, weil man dann eben halt wirklich keine Gefahr läuft, von unendlich vielen Leuten gesprayt zu werden. Und selbst in FNCS hat man da schon einen deutlichen Vorteil, wenn man so entlang movt. Natürlich kann man auch abgefangen werden aus der Zone, aber insgesamt sind dort wirklich weniger Spieler, weshalb das hier die definitiv bessere Möglichkeit gewesen ist. Wir schauen uns jetzt natürlich noch mal an, wie Bernie Frisch das Ganze macht. Und er nimmt natürlich diesen Weg über den Fluss, ist natürlich etwas riskant, weshalb er hier auch Damage bekommen hat. Aber insgesamt sieht man auf hier, oder wird man gleich sehen können, dass es deutlich entspannter hier auf dem Weg ist. Man sieht ja auch, er hat Biggis und Minis und ist dadurch wieder Full Shield, kann jetzt noch mal ein bisschen die Strömung nutzen. Und in der Zeit sind natürlich auch einige Leute von der Seite hier weggemoved. Und deshalb ist es auch gerade, wenn man diesen Weg eben halt nimmt, gut, wenn man später rotiert, weil man sieht, es sind schon viele rotiert. Und so hat man eben halt nur relativ weniger, also vielleicht noch den Gegner. Und hier auch noch mal richtig gut, dass man einfach zwischen alten Buildings durchgeht, wo man eben halt deutlich weniger Gefahr läuft tatsächlich, angeschossen zu werden. Und so hat man relativ selben Rotate. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt zur zweiten Szene. Hierbei geht es jetzt um den Rotate in die fünfte Zone, relativ anlucky tatsächlich, dass die Zone tatsächlich wirklich auf der komplett anderen Seite ist. Also weiter kann es ja immer nicht sein. Hier ist Benji Fischi, dort ist die Zone. Also wirklich absolut schlechter Move. Die erste Möglichkeit, um jetzt in die Zone zu kommen, wäre direkt Jump-Headen. Das heißt jetzt, wo bekannt wurde, dass die nächste Zone feststeht, direkt das Jump-Head placen und damit dann in die nächste Zone Jump-Headen. Die zweite Möglichkeit wäre, ganz einfach nach hinten tunneln. Dabei muss man allerdings beachten, dass nicht mehr so viele Mats verfügbar sind. Das heißt auch etwas einfach offen hier an der Bergkante entlang gehen oder eben halt hinter Buildings und alles sich so ein bisschen verstecken. Oder die dritte Möglichkeit, spät Jump-Headen. Das heißt erst, wenn die Zone einen im Prinzip einholt, tatsächlich das Jump-Head benutzen, um dann in die nächste Zone zu kommen. So, die richtige Antwort ist natürlich direkt Jump-Headen. Denn der Vorteil, wenn man direkt Jump-Headet, ist natürlich, dass man viele Leute hat, die um einen herum sind, die natürlich auch alle Jump-Headen. Und man sollte natürlich versuchen, dass nicht so viele Leute das eigene Jump-Head benutzen, wenn man natürlich nicht will, dass andere Leute mit reinkommen. Allerdings machen das natürlich in den Runden hier vor allem relativ viele, dass alle direkt ihr Jump-Head placen, um dann rüber zu fliegen. Weil man nämlich so dann einfach, dadurch, dass eben halt viele Jump-Headen, eine deutlich geringere Chance hat, gelasert zu werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde erst ganz spät Jump-Headen, wenn alle schon da drüben sind, wäre man eben halt der Einzige. Alle da drüben würden einen sprayen und man hätte eigentlich keine Chance zu überleben. Weshalb es um einiges besser ist, tatsächlich hier früh zu Jump-Headen. Und da werden wir uns wieder anschauen, wie das Ganze Benji-Fische gelöst hat. Natürlich am besten nicht zu schnell jetzt. Und man sieht auf jeden Fall, er wartet kurz, bis er eben halt noch andere Jump-Headen, damit er weiß, er ist hier mal ein bisschen safe. Und dann sieht man auf jeden Fall, das Ganze geht sehr, sehr gut ohne Damage, klar. Und ihr bekommt da tatsächlich keinen einzigen Schuss. Generell die Chance auf überhaupt Schüsse wäre relativ gering gewesen. Und wer jetzt auch zu spät gejumped hätte, hätte ihm eben halt auch so etwas passieren können, wie hier dem SCR-Jacks. Denn wenn natürlich viele schon gelandet sind, dann wird man eben halt von denen auch Instant Attacked. Deshalb so auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Und wenn er sich da hin getunnelt, dann wäre immer die Chance sehr, sehr hoch gewesen, dass, wenn er in der Zone ist, er keine Metze gehabt hätte. So auf jeden Fall die beste Möglichkeit wieder. Als nächstes haben wir hier eine Runde von Controller 007. Und hier geht es auch wieder in Richtung der vierten Zone. Und jetzt natürlich wieder eine Rotation-Frage. Die erste Möglichkeit hierbei wäre natürlich direkt so straight in die Zone moving, ohne hier irgendwelche Gegner zu fighten. Und im Prinzip direkt den Weg zu nehmen und auch gar nicht lange warten oder so, wo das diesmal eigentlich keine so große Rolle spielt. Die zweite Möglichkeit wäre dann, den gleichen Weg zu benutzen, allerdings ein paar Metze hier refreshen an den Gegnern. Also wenn hier irgendwelche Gegner sind, die fighten, damit er dann vielleicht wieder ein paar Metze bekommt. Denn wenn wir jetzt mal in sein Inventar schauen, dann sehen wir noch 72 Metze tatsächlich, die hier übrig sind. Emo sieht auch nicht ganz so gut aus, hier auch nicht. Also dort ein Met-Refresh wäre auf jeden Fall ganz nice und so würde man dann eben halt durchaus bekommen können. Oder die nächste Möglichkeit wäre dann eben halt hier erst dann so ein bisschen am Zone-Rand entlang zu laufen. Dann hier das Wasser benutzen, ein bisschen die Strömung mitnehmen und dann hier unten auf die untere Seite der Zone zu moving. Die richtige Antwort ist natürlich die dritte Möglichkeit und zwar einfach hier unten entlang zu moving. Denn wie man es hier oben sehen kann, dort sind extrem viele Gegner an der Ecke. Franzi-Farm generell immer extrem beliebte Gegenden dort. Dort sind sehr, sehr häufig sehr, sehr viele Gegner tatsächlich. Ebenfalls natürlich hier auch sehr, sehr viele Gegner, die alle irgendwie so hier reinmoven müssen. Also die benutzen hier alle den Weg und werden am Ende hier alle auf dieser Seite sein. Und da wäre es natürlich besser gewesen, das Ganze zum Gehen, indem man hier unten entlang moved. Und dann hier auf diese Seite geht. Denn hier sieht man, da ist einfach noch fast gar keine drin. Hier werden auch nicht viele reinkommen. Also der zum Beispiel, die wären hier relativ früh drin, sind aber nur drei Spieler. Und dann vielleicht noch die Spieler, die hier alle sind. Aber es sind eben halt wirklich nicht viele. Und wenn man die erstmal ein bisschen moving lässt, dann hat man eigentlich einen relativen Free-Move. Und die Mads wären natürlich nice, wenn man dort einen Kill bekommt. Allerdings, wie man sieht, sind dort so viele Gegner. Also es sind ja wirklich hier von den 50 Leuten, die leben, wahrscheinlich irgendwie so 30 Leute in der Region hier. Und da wäre die Chance, dass man getthird-partied wird, sehr, sehr hoch. Und deshalb wäre das hier keine gute Idee, dort zu fighten. Und auf jeden Fall die beste Möglichkeit, unten rum zu moveen. Damit wir jetzt ankommen, wir auch schon direkt zur verletzten Szene. Diesmal von einem Wave-Styler, einem deutschen Spieler tatsächlich. Er landet hier bei The Agency, direkt im Early Game tatsächlich auch. Da hatten wir ja, glaube ich, sonst noch fast gar nicht so eine Szene. Und hier will er auf jeden Fall an der Seite landen. Und hat immer gehört, dass dort im Busch auch jemand landet. Da ist ja auch ein kleiner Gang, wo man dann in den Nachbarraum hier kommt. Und er hat auf jeden Fall gehört, dass der Gegner jetzt eben halt einen SMG ausgewählt hat. Und weiß dann auf jeden Fall, dass er wahrscheinlich keine Shotgun gefunden hat. Allerdings könnte es natürlich so sein. Jetzt eben mal die Frage, würdet ihr den Gegner direkt mit euer A-R angreifen und so eben halt sicher gehen, dass er nicht noch aus der Kiste, die ja im Nachbarraum ist, eine Pumpkan vielleicht findet. Oder generell besseren Loot findet. Oder würdet ihr erstmal den Mini nehmen, den ihr ja im Inventar habt und den Gegner dann angreifen. Und damit vielleicht das Risiko eingehen, dass der Gegner dann eben halt aus der Kiste eine Shotgun bekommt. Oder würdet ihr als dritte Möglichkeit einfach direkt weggehen und dann in Sicherheit die Minis nehmen. Und so dann erstmal entspannt looten und danach weiterspielen. Die richtige Antwort hierbei ist natürlich, dass man natürlich als erstes auf jeden Fall die Minis nehmen sollte. Denn es wäre einfach komplett dumm mit 100 HP auf ein 50-50 zu gehen. Deshalb sollte man auf jeden Fall erst die Minis nehmen. Und dann ist es natürlich auch besser, wenn man direkt auf den Gegner geht. Denn ansonsten wird er natürlich, wenn man selbst weiter lootet, der Gegner auch besseren Loot haben. Und man weiß auf jeden Fall so, dass der eigene Loot ganz gut ist und dass man auf jeden Fall diesen Lebensvorteil hat. Und so schnell kann er eben halt auch nicht die Minis finden, weil man eben halt erst weiß, dass er hinten zur Kiste gehen muss. Und bis er das dann drin hat, wird es hier auch erstmal Zeit dauern. Und so war es auf jeden Fall auch. Er hat nur 100 HP und gegen eine AR ist dann eben halt relativ schnell down. Und dadurch steigert sich der Loot natürlich auch extrem schnell schon. Und hier wäre auf jeden Fall, wie gesagt, Minis nehmen und dann den Gegner direkt fighten die beste Möglichkeit gewesen. Ich würde sagen, dann kommen wir auch schon direkt zur letzten Szene. Und zwar diesmal einer Szene von Mr. Savage. Seine Position ist hier auf jeden Fall alles andere als gut. Hier unten sind mit ihm nur sehr, sehr wenige Gegner. Einmal ist Fusion noch hier neben ihm. Aber ansonsten ist er hier relativ alleine. Und alle anderen sind eben halt irgendwo auf den Bergen verteilt. Überall im Highground. Das heißt, der Rotate in der nächste Zone wird auf jeden Fall nicht so extrem leicht sein. Beziehungsweise hat man eben ein relativ großes Risiko, dass man von dort oben abgeschossen wird. Und jetzt immer die Frage, wie man dort am besten hinmovt. Dazu muss man natürlich wissen, dass er wirklich Max-Mads ist. Jump-Head lohnt sich auf jeden Fall nicht hier, um in die Zone zu rotaten. Aber mit den Mads kann man auf jeden Fall gut einen Schaden von oben abhalten. Und die erste Möglichkeit dafür wäre dann eben halt, dass man ganz unten entlang läuft. Und dafür dann eben halt einmal hier ganz unten am Ufer entlang läuft. Und vielleicht dann irgendwo hier in diesem Bereich turtelt. Da ist natürlich der Vorteil, wenn man sich das mal auf der Map anschaut. Dass natürlich hier unten, dass man eigentlich keine Chance hat, abgeschossen zu werden. Also man sieht hier auf jeden Fall, die hier oben haben relativ starken, toten Winkel. Weil die Wand einfach so steil ist. Allerdings weiß man natürlich auch nicht, was hinter der Kuppe ist. Also wenn dort mehrere Gegner sind, kann man natürlich auch leicht gelasert werden. Die zweite Möglichkeit wäre dann, dass man nicht dort unten hinmovt, sondern hier im Prinzip auf dieser oberen Etage entlang movt. Dort hat man ja auch Schutz immer noch vom Berg ein bisschen. Und dann im Prinzip hier direkt, wenn man in der Zone ankommt, dort auch direkt tatsächlich die Chance nutzt, um zu turteln. Das wäre dann hier ingame, als wäre ich ungefähr an dieser Position, wo auch schon ein paar Gebäude vorgebaut sind. Also vielleicht könnte man die auch so ein bisschen als Schutz nutzen. Und man hat natürlich hier diesen kleinen Vorsprung, der auch ein relativ guter Schutz ist. Die letzte und dritte Möglichkeit damit wäre natürlich, dass man noch weiter hier so in die Mitte der Zone im Prinzip movt. Damit man, falls man nach da drüben moven muss, nicht so extrem weit moven muss. Und jetzt lasse ich euch natürlich nochmal 5 Sekunden und danach gibt es nochmal die letzte Auflösung. Die richtige Antwort ist natürlich, dass man am besten entweder hier hinmovt oder ganz unten hinmovt. Wobei eben mal das Beste einfach ist, den kurzen Weg nutzen und direkt hier an dieser Stelle zu moven. Denn dort verbraucht man am wenigsten Metz, hat den meisten Schutz eigentlich. Dort unten hätte man immer das Problem, dass irgendwelche Leute einen von dort abschießen könnten. Und wenn man eventuell nach dort hinten movt, dann ist man eben halt direkt Fokus von allen. Viele Leute von dort werden eben halt auch hier hinmoven. Das heißt, dort werden ganz viele sein. Hier überall oben werden viele sein. Und dann können die eben halt alle so drauf schießen. Und die Chance, dass man dort überlebt, ist sehr, sehr gering. Allerdings hat sich hier Mr. Savage tatsächlich nicht für diese Option entschieden. Und er movt dann eben halt tatsächlich nicht nach hier hin. Also hier wäre ja die erste Möglichkeit gewesen. Man sieht ja auf jeden Fall hier den Marker. Jetzt wäre er tatsächlich in der Zone gewesen. Das heißt, er hätte hier easy turtlen können. Man sieht, man hat relativ viel Schutz vor vielen Gegnern. Und dann baut man sich einfach einen Zweier-Dreier-Turtle und ist da eigentlich ziemlich safe. Aber er entscheidet sich, dass er weitergeht. Und dann wird er hier natürlich auch gekillt. Hätte der es nicht gemacht. Er hat natürlich einen Heavy-Sniper-Schuss bekommen, was unlucky ist. Allerdings hat er auch nicht gebaut. Aber ansonsten gibt es natürlich so viele Leute. Der hat da auch schon das Fenster geöffnet. Die alle da oben wissen sicherlich auch, dass Mr. Savage hier entlangläuft. Beziehungsweise, dass eine Person hier entlangläuft, die ein relativer Free-Kill ist. Und die Chance, hier zu überleben, ist sehr gering. Auch wenn er sich hier getörtelt hätte, wäre er einfach einzeln da gewesen. Dann hätte er sich vielleicht auch ein 4x4 bauen können. Es hätte aber trotzdem wahrscheinlich nicht ausgereicht. Deshalb hier auf jeden Fall nicht die beste Option. Natürlich wollte er aber wahrscheinlich versuchen, nach da oben zu kommen. Allerdings ist das Risiko einfach zu gering, das Risiko zu hoch dafür, dass man gekillt wird. Ansonsten hätte man eventuell auch einfach hier hochgehen können. Wobei natürlich dann auch ein Stumpy von dort oben relativ viele Chancen hätte, um einen dort zu killen. Am besten wäre es, wie gesagt, gewesen, einfach hier zu stayen. Und wenn die Zone dann vielleicht dort hinten wäre, hätte man einfach das Jumphead usen können. Und hier ganz weit außen entlang fliegen können. Oder hier oben dann über den Berg entlang fliegen können, wenn alle anderen auch fliegen. Und hätte auch ein Easy Rotate gehabt. Aber so auf jeden Fall nicht die beste Möglichkeit. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Schreibt mir wie immer gerne Feedback in den Kommentaren. Genauso wie natürlich irgendwelche Szenen, die euch interessieren. Bestimmte Themen. Also wie zum Beispiel, wenn ihr unbedingt hauptsächlich Early Game sehen wollt. Ob ihr Mid Game sehen wollt. Ob ihr Late Game sehen wollt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann bis zum nächsten Video. Oder bis nachher vielleicht noch im Stream. Ich muss halt schauen, ob ich heute noch streame. Ansonsten wahrscheinlich wieder morgen im Stream. Ciao.